Okay, wir spielen zum Server heute mit Zitronius Comp-Mode, Killkarpfen in Haven. Ich bin gespannt. Ich bin noch nie gespielt. Gott, achso, und ihr könnt alle anderen hören. Disclaimer. Ihr könnt jetzt vielleicht Killkarpfen sprechen hören. Ich hab euch gewarnt. Aha. Shit. Okay, sieht schon mal interessant aus. Hä, what the hell? Colyards in... Oh mein Gott. Jetzt weiß ich was mit Ratten... Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Das wird witzig. Naja, das Spiel ist schnell durch. Ja, mit so wenig Leute finde ich die Map wie fast ideal. Es ist halt schon ziemlich... Es ist halt schon ziemlich verschachtelt alles, ne? Oh shit. Es ist eine schöne Pumpen-Map, glaube ich. Naja, es könnte funktionieren. Was ist das für ein Gerümpel? Was ist das, was man da hört? Ah, es gibt NPCs auf der Map. Was? Ja, und die ficken dich weg. Genauso wie der Panzer oder Heli. Okay. Drei, vier erlegt, dann bekommt man auch besonderen Loot, aber die sind schwer zu erlegen. Aber ich habe tatsächlich, also im Custom-Server letztens, als ich die Map gespielt habe, gab es, also habe ich keine NPCs gefunden. Oh mein Gott, I'm scared. Der Panzer und etc. BP hat auch nicht angegriffen. Panzer? Was für ein Panzer? Ja, ein Panzer halt. Du fährst mit dem Panzer rum. Der ist klein ja auch normalerweise weg, dass er sich so durchkriegt. Oh. Okay. Afrop und Ferris MC. Ich lande hier auf dieser, auf dieser Landebahn da im Wasser. Ah, ne, da kann man nicht landen. Okay. Gibt es keinen Loot wahrscheinlich auch, ne? Kommt, Mond sagt gar nichts. Oh mein Gott. Ich hatte mich auf Stumm geschaltet, Entschuldigung. Oder ich bin nur vor Ort. Von der, von der Karte. Ja, genau. Ja, I feel with you. Oh, der Panzer fährt direkt hier. Oh, du Scheiße, leck mich am Arsch. Wollt ihr mich bearschen? Also, ein Panzer fährt hier auf jeden Fall lang? Ja, der ist auch schon da hinten. Okay, ich sehe buntschirme runterkommen. Ich muss erst mal einen Übersblick hier mal verschaffen. Ich habe nicht mehr. Keine Ahnung, wo wer runtergekommen ist. Ich habe noch gar kein Fliegensee. Ja, ich habe mal ein Fliegensee. Da oben ist ein Hubschrauber? Was macht der Hubschrauber da? Oh, boh. Der macht normalerweise auch Aua. Oh mein Gott. Der macht auch Aua. Oh mein Gott. Wie krass die Map ist. Zitronen, was hast du uns angetan? Ich finde es interessant. Weißt du, was ich nicht finde? Waffen. Ja. Gibt es hier welche? Nein. Ich habe auch keine. Also ich kann nach irgendjemandem eine Smoke werfen? Ja. Aber das war es dann auch schon wieder. Ich habe schon eine Pistole. Den habe ich mit dem Schuss. Ich habe nur eine Mini und eine M249. Das ist voll... Warum hast du so gute Waffen? Und der Vektor liegt hier. No pressure, no pressure. Ich habe noch nicht mal einen Helm. Ich habe gar nichts. Ich habe nur eine Weste und ein zweier Helm. Aber auch nicht wirklich was. Ich kenne mich in der M0 aus. Keine Ahnung was. Die Schrotflinten und Winchester habe ich hier liegen lassen. Wenn einer da möchte. Oh ja, gerne. Kannst du notieren? Ja, habe ich. Danke. Bitte. Oh mein Gott. Ich habe Angst, Mann. Es wird richtig freudig. Und meine Reflexe sind auch noch nicht hochgefahren heute. Ich habe nur Reflexe. Keine Reflexe. Aber die Reflexe sind am Toastboot. Guten Morgen. Moin. Moin. Wir sind gerade schon in einem Match. Aber ich glaube, das ist gleich vorbei. Wir spielen in Haven. Die ist ultra klein, die Karte. Dann sind wir gleich da. Kein Problem. Oh, yes. Hast du... Saltback, kennst du Haven? Ja. Okay, schon mal gespielt. Für mich ist das erste Mal. Das ist völlig crazy. Ich habe auch keine Heile gefunden. Bin ich ehrlich. Also hier gibt es einfach gar nichts. Komm und kill mich. Kriegst du drei Medis. Sehr. Danke. Bitte. War noch ein Angebot. Ja, ich komme darauf gerne zurück. Wahrscheinlich. Ich weiß. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Früher oder später. Oh boy, oh boy. Doch. Wenn beide aus Versehen an der Zone sterben. Was der Killkrampf und schon wieder für Geräusche macht. Oh, ein Helm. Oh mein Gott. Ich bin reich. Und ich hänge fest. Jeder fängt mal klein an. Yep. Panzer. Panzer neben mir. Okay, der Panzer fährt rum. Ich habe ihn schon gesehen. Ja, ich auch. Ich nicht. Das ist eigentlich so. Software-Map. Dreier ist das Größte, was ich gesehen habe bis jetzt. Das ist nur ein Zweier. In der ganzen Map? Oder? Ja, ich habe noch kein größeres gesehen. Also seitdem du spielst oder in dem Match? Beides. Okay. Er macht ja heute das erste Spiel. Also heute das erste Mal Haven. Er hat schon voll Werbung für Haven gemacht. Ja, viel gesehen im Online. Ich glaube jetzt nicht. Oh. Sind auch alle vier da? Wenn ich jetzt streamen würde, dann könnte es Sideback ein bisschen zugucken, was wir hier so treiben. Aber ich nehme nur auf. Ja, dann können aber auch alle anderen zugucken. Du hast recht, das ist vielleicht nicht so schlau. Du hast recht. Bei den Mitspielern, dann machen wir lieber Aufnahmen. Bei diesen guten alten Spiels. Ja, ja. Das ist sweet. Das ist im Discord. Auch da können die Leute zugucken. Ja, aber da sieht man ja, ob zu gucken oder nicht. Okay. Also, da kannst du ja sehen, ob du immer, also, wie viel Zeit ist. Aber das hilft dir nix. Also, die Information hilft dir nix. Außer, dass du dich ärgern kannst. Spielt ihr eigentlich zu viert? Ja. Ja. Dann mach mal so, dann zockt ihr. Ich mach heute meine Runde und wir sehen uns irgendwann mal anders. Nein, ich denke nicht, dass das noch lange dauert jetzt hier. Nee, wir sind fünf Leute gerade. Was? Echt? Nee, vier. Vier sind wir. Achso, okay. Wir sind gleich fertig. Okay. Also, wir... Ja, aber wenn ihr dingst... Die Zone wird jetzt schon kleiner. Wir sind jetzt schon fast... Ich will dann anschließend eine von euch aufhören, oder was? Achso, nee. Wir würden nochmal ein Custom spielen. Okay. Um Zweifel würde ich dann auch... Weil würde ich aufhören. Weil ich habe auch nicht so viel Zeit. Ich bin müde. Custom ist schön entspannt. Also, einigermaßen. Das ist okay. Weil ich muss eh um Elfe wieder oder kurz nach Elfe wieder aufhören. Ja, ich denke, eins geht mal schon nach unten. Ja, passt. Ich glaube, ich habe den Eingang zu Narnia gefunden. Was ist das denn hier? Achso. Es sind noch alle am Leben. Das gibt es nicht. Obwohl die Webseite klein ist. Die sind halt auch alle ultra vorsichtig, glaube ich. Will ich? Will ich nicht? Und es ist sehr verwinkelt. Ultra. Ultra. Es ist wirklich. Es ist wirklich schlimm. Und mit Leuten? Ich wollte jetzt gerade auf dem Dach gammeln, aber der Hubschrauber nervt. Ja, ja. Was passiert? Also, der hat eine MG oder was macht der? Ja, der spottet sich halt. Normalerweise macht der dann halt auch Aua. Aber ich weiß ja nicht, wie das im Custom-Match ist. Ich probiere das mal aus. Ich bin ja noch nicht angegriffen. Oh Gott, die Map ist ultra stressig. Überall hinter jedem Erdhügel einer sitzt. Das ist schon ultra nervig, ja. Das stimmt. Also, das, da muss ich sagen. Ja, das ist passiert. Der Panzer hat geschossen, Janus. Ach, leck mich doch am Arsch. Piep, piep. So, Entschuldigung. Ja. Oh mein Gott, das ist, das ist stressig. Weißt du, was ich mit Ratten meine? Ja klar, natürlich. Das ist die ultimative Ratten-Map. Das ist wirklich so. Ja. Es sind immer noch alle. Ich sage auch hier eins. Wir werden am Schluss alle um dieselbe Ecke rumlaufen und da alle vier voreinander stehen. Das wird passieren. Vor allem, dass dieser Hubschrauber nix anders vorhat, außer an einer Stelle zu fliegen. Oh, this is fucking scary, guys. Phase 4, äh, Soltberg, äh, wir haben's gleich. Naja, passt schon. Wir sind, wir sind... Es ist einfach gefühlt. Können wir mal bitte kurz ruhig sagen? Schon mal erlebt, wie man sich selber umbringt? Ja, das passiert öfters schon mal. Oh, das ist einfach. da haben sich zwei gesucht und gefunden es war lieber auf den ersten blick da ist noch wir noch jemand oh mein gott okay okay oh mein gott also ja gut ich war irgendwann mal hinter zäunen keine ahnung aber okay jetzt wird's close and intimidated das fühlt sich alles andere als gut an was war das für eine granate wir müssen du musst du musst jetzt hier weg der sonst kriegst du molly war das hier so ein soldat hier so ein fremder ne ne glaube ich nicht das hat mir sehr nach killkafen ausgesehen ne da wäre ich tot gewesen ja killkafen hat ja noch cola korn im blut vom einarmigen reißende halbliter klasse jetzt jetzt der helikopter ist auch ganz was macht der killkafen gerade der helikopter ist halt auch direkt über ultra brutal dmg hat jetzt einige kerben im lauf wir müssen unbedingt mal mit puls alle mit pulssensor spielen das war die hände ja also hat sich echt tödlich Toot.